Hi Leute! Hi Leute und Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal und ich zocke jetzt auf Moja. Und heute habe ich ein Thema. Wie gesagt, ich soll einfach mit dem Auto Schuss! Ja, 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 ja. Ja, ja. Oh! Und ich hab dann einfach, auf einmal waren dann alle Hate-Kommitare weg, dann konnte ich auch nicht mehr Spaß. Und ich würde auch gerne über einen Rappdorf dann in die Light-Kommitare geben. Dieser wird übrig am 11., ähm, wie soll es mal, 11., 11.6. Ja, es wird Samstag stattfinden. Ich hatte Bock, da irgendwo einfach angestreamt. Ich muss das, ähm... Ja, auf jeden Fall, wenn ich dann da so einfach mal rum bin, und wenn ich das nur sagen, ähm, weil hier sagst du mir, ich höre jetzt nicht auf, mach ich nicht. Weil ich hab kein Video, wo mehr Dichtleiter leistet und wenn er mehr Dichtleiter drin dann zeigt mir das nur, dass, ähm, das sieht, dass ich dieses Format nicht erzielen soll. Und, ja, dann würde ich sagen, ab jetzt, wenn ich den Upload-Klan dann fertig hab, dann wird ja so, wie es weitergeht. Dann würde ich sagen, das war's dann von 7.2. Ähm, schaut bei Lisa vorbei, also super. Ähm, und, ja, dann war's jetzt ein paar Freunde. Und, ja, dann wird's jetzt dabei, jetzt, wenn ich vom Mai-Klan dann habe da und... Ja, und, ja. Auch Eier und Hebu-Pei hier. 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 113.2. Danke. Und, dafür sind die Puls gesellte Gericht noch mal früh. Ja. Und, ja, und, da its vision, um 16 traveled, einfach nicht so viel. Und, ja, schaut euch an die Pulsar da vorbei. Und, Ciao. Bis zum nächsten Mal.